Hallo? Was ist das denn? Suchst du nach deinem Aquäduktrömmer? Hast du es irgendwie? Wenn du so lange du noch kannst! Und da geht er down! Und der Arm ist ab! Und der Kopf! Tschüss! Noch einer? Ich finde das echt geiles Spiel! Geiles Spiel! Gib mal her! Ich brauche Pilar! Los! Ein Pilar! Pilum! Schlachtet ihn ab! Was? Kannst du mal versuchen! Echt! Wählt dich deinem Brot! Da waren doch noch mehr! Oh ja! Wie? Das ist doch sehr! Ja! 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 Oh! Oh! Das ist doch Policy! Oh! Ich weiß ja! Oh! Ich weiß ja! Oh! Ja, läuft doch. So, gucken wir mal weiter. Glück gehabt. Keine Legion. Ich. Lauf weg, solange du noch kannst. Ja, ich schwoe. Ja, ich schlau. So, gute Nacht. Oh. Sollte ich vielleicht mal wieder auf den Fokus zum Wachs gehen. Ja, so sieht das aus. Überall hängen hier die gehängten Römer. Ich überquere den Fluss. Ich werde es versuchen. Alter Schwede. Ist ja schon ein bisschen eklig, ne? Haben wir Schriftrolle aufgesammelt. Ach so. Ach so. Das war's für heute. Ja, kann ich da nicht mal hoch? Ach. Muss ich da hoch oder was? Bring die Ballista zum Schweigen. Wie soll ich das denn machen? Jetzt kann ich hier hoch. Ja, wenn ich wüsste, wie würde ich das sogar machen? Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ja, jetzt kann er da hoch. Okay, jetzt kann er da hoch. Alles klar. Ich will noch die Peeler mitnehmen. Ich will noch die Peeler mitnehmen. So, sichere die Ballistentürme. Geschafft ist es. Das ist doch schon mal super. Ja. Es ist hart, Deiner! Mühe meine Schlingeln! Wir haben hart, Deiner! Ich muss auch gleich mal wieder nach Verbesserungen gucken. Eher mal mit Arm ab, ne? Ist auch ne Sau, der Kerl. Aber ich mein, die haben ja nun auch keine Barmen mit uns. Noch ein Aufzug. Alles klar. Ganz so doof bin ich dann auch nicht. Oh! Die gefällt mir aber. Ich möchte ja nichts tun. Oh, Bodhikas schnelle Kombo wird mit einem heftigen Angriff abgeschlossen. Stimme deine Abwehr zeitlich ab, um eine Öffnung in ihrer Deckung zu finden. Alles klar. Ja. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Bodhika! Da habt ihr euch einen Weg über Rom verbrochen. Und Kunde, Frauen und Kinder! Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich werde alles tun, um ein Kopf zu schützen! Ja! 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 Das läuft doch schon mal einigermaßen Ja du Feigling Ja du Feigling Du Sau Hat sie nicht gemacht Soll ich da in den Zug kommen? Naja wir werden es erleben